Newville ist ein Start-up aus Hamburg und wir entwickeln einen elektrischen betriebenen Fahrradanhänger für den Lastentransport in der Stadt. Der Anhänger hat einen Elektroantrieb und zum Patent angemeldete Technologie, so dass er genau weiß, wann er beschleunigend bremsen muss. Der Fahrer muss nichts machen und trotzdem schwere Lasten transportieren, ohne Gewicht zu spüren. Unsere Ideen und Vision Städten von Lärm, von Emissionen und Staus zu befreien. Deswegen wollten wir von Anfang an eine alternative Transportlösung für Städte entwickeln und hier eine Möglichkeit anbieten, schwere Lasten in der Stadt zu transportieren. Wir haben ganz viele Erfahrungen gemacht, seit wir das Unternehmen gegründet haben und ich glaube ganz wichtige Sachen sind immer offen sein, immer positiv sein und neugierig bleiben.